Was zelebrierst du? Also was zelebrieren diese Leute? Du zelebrierst, dass du deinen Chef hast? Zelebrierst du, dass du morgens keinen Bock hast, zur Arbeit zu gehen? Zelebrierst du, dass du, keine Ahnung, in der Pause abfuckst, auf deine Mitarbeiter schiebst? Also was feierst du da? Es geht ja ums Feiern. Party, Glück, hey, Spaß. Was feierst du? Der Name ist selber, sagt ja schon was, du feierst ja etwas. Und ja, die Frage ist gut, was feierst du? Also worauf bist du stolz? Genau. Worauf bist du denn stolz? Was hast du erreicht? Kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, Ziele. Ein Ziel kann ja auch sein, wir haben Ziele zum Beispiel, mein Ziel ist es, okay, ich will irgendwann mal unabhängig sein und meiner Familie das zurückgeben, was sie mir gegeben haben. Meine Frau was bieten können, meine Kinder was bieten können, dem was ermöglichen und so weiter. Das ist mein Ziel und darauf arbeite ich hin. Ja, und kann dann irgendwann mal das dann auch mal feiern, in meiner Form so. Genau. So, und anscheinend haben halt eben diese Menschen einfach zu kleine Ziele. Das kann ja schon ein Ziel sein, ey, ich möchte eine Frau im Club ansprechen oder irgendwie, ich möchte, keine Ahnung, eine Frau klar machen. Ja, bei den jungen Männern ist das ja immer das Ziel. Dann haben wir vielleicht erreicht, das Ziel, die haben eine Frau angesprochen oder irgendwie klar gemacht und das feiern die dann vielleicht. Ja, es ist aber auch oft so in den Clubs, das ist ja dann auch so, dass man einfach gesehen werden möchte und da geht es auch viel um Aufmerksamkeit. Das heißt, du holst dir dann auch diese, vor allem die Frauen, ja, no, also nichts gegen die Frauen. Keine Sousi-Sousa-Weib. Ja, nee, nee, auf gar keinen Fall, aber die Frauen leben ja von der Aufmerksamkeit, also nicht leben, aber die ernähren sich ja auch von der Aufmerksamkeit, das ist ja kein Geheimnis, die Frauen lieben Aufmerksamkeit. Ja, lass uns eben sagen, nicht alle Frauen, bevor wir wieder 20.000... Nee, nee, wir vermeiden überhaupt nicht, ne, also, das ist klar. Vor, die wieder ausrasten. Genau, richtig so. Ich denke mal, jeder Mensch liebt ein Stück weit Aufmerksamkeit, aber die Frauen nur mal ein bisschen mehr, ne, ist einfach so. Also nicht jede Frau bestimmt, ne, so, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum man dann zum Beispiel zur Party geht oder feiern geht, ja, weil man halt eben dann dieses Gefühl bekommt, diese Bestätigung bekommt, ja, hey, okay, die Männer gucken mich an, sprechen mich an, ja, und so weiter und so fort und das ist dann vielleicht auch ein, 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 ja, ein... Erfüllendes Gefühl auch vielleicht für einen kurzen Moment, dieser Dokument raus. Genau, für einen kurzen Moment, richtig, ja. Das Problem ist aber jetzt, du hast jetzt angesprochen, dieses, also, ich spreche jetzt mal kurz die jungen Männer an, weil das ist auch so oft bei denen, also, auf die gehe ich auch oft ein in meinen Videos tatsächlich, weil da ja oft, wenn man jung ist, 18, 19, 20, beginnt das ja so, ich will feiern gehen, ich will rausgehen mit meinen Jungs, dies, das, Spaß haben. An sich hört sich das ja erstmal nicht schlecht an, ich gehe da nur hin, um Spaß zu haben mit meinen Jungs, aber ein primärer Faktor der ganzen Clubkultur ist ja auch verbunden mit der Datingkultur, sprich, man will eine Person kennenlernen, aber realistisch gesehen und das ist einfach so und das kann man auch sagen, weil wir reden jetzt auch nicht aus der Perspektive von Typen, die nur zu Hause rumsitzen und sagen, die noch nie feiern waren und jetzt das einfach nur haten. realistisch gesehen, von 20 Jungs, wie viele gehen nach Hause mit dem Mädchen? Vielleicht eine oder zwei. Eine oder zwei. Ja, also, es ist ja so, ich war ja auch früher mal feiern und ich spreche auch aus Erfahrung und kann auch daraus Schlussfolgern, ja, das ist einfach, einfach, das bringt dich im Leben nicht weiter, ja, das ist überhaupt nicht, genau und du hast auch vorhin auch einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist ja auch kein Fortschritt, den man da irgendwie bekommt, so und wie ist es, es ist nun mal so, das kann man sich gut wie mit einer Pflanze, mit einer Blume vorstellen, wenn die Pflanze, die Blume nicht wächst, nicht größer wird, dann stirbt die Blume aus. Ja. So, und das ist mit uns Menschen genauso, ja, wie viele, wie viele, schau dir das mal an, wirklich jetzt von der Statistik her, ja, wie viele Menschen, die dann immer mal in Rente gehen mit 67, 68? Ja, 67, glaube ich. So, was ist, diese Menschen haben keine Ziele mehr, nichts mehr, wofür die irgendwie arbeiten oder so, ja, und was ist, ein Jahr später sind die tot? Die sind tot. Stimmt. Die haben keinen, keinen Antrieb mehr, die haben kein Ziel mehr. In dem Alter geht es auch nicht mehr feiern und dann, das fällt dann auch komplett weg. Richtig, ja. Und das ist das. Habe ich jetzt deine Frage beantwortet, was war nochmal die Frage gewesen? Ja, die Frage war jetzt mit den, weil ich wollte nochmal auf den Punkt der Realität eingehen, ist so, wenn, wenn, wenn mir Leute auch immer dann in diese Hate-Kommentare, wenn ich zum Beispiel meine Party-Videos droppe, kommen mir auch immer so viele so, ja, so Playboys, die sagen, ja, ich habe immer Erfolg auf Partys und so. Und das weiß ich immer erstens, okay, wahrscheinlich lügt der, weil, wie gesagt, von 20 Jungs gehen vielleicht ein oder zwei miteinander nach Hause und zweitens ist es auch jetzt nichts Besonderes oder Krasses oder extrem erstrebenswertes, irgendwie sinnlos, irgendeine mitzunehmen, dies, das, da wird meistens eh nichts Längerfristiges raus. Ne, also auch beziehungstechnisch ist das nicht das Optimalste. Aber die Realität ist nochmal diese, die meisten von euch verschwenden nur Zeit, Geld und Lebensenergie. Hundert Prozent. So, und da kann man einfach nur so sagen, wenn du jung bist und das hier auch jetzt guckst, der erste Schritt, um in die Macherrolle überhaupt zu kommen ist, geh aus den Clubs und Bars raus. So, nimm dir diese Zeit mal, die du immer verschwendest am Freitagabend und am Samstagabend, bei manchen Leuten sogar, bei Studenten, manchen sogar durch die Woche und guck erstmal, wie viel Zeit du dann erstmal gewinnst und wie viel an Gesundheit du gewinnst und dann musst du schauen, was kann ich jetzt alternativ tun mit der Zeit.